Was findest du da falsch? Was gefällt dir da nicht? Schau, es gibt zum Beispiel Gewalt im Islam. Nein. Viele Sachen. Frauen und Mensch. Mariela, schau mal, wie viele, wer ist in deutschen Gefängnissen, wer sitzt dort? Zu 80, 90 Prozent Moslems oder nicht? Was macht, das steht nicht im Koran, macht das nicht so, das hat mit Personen... Siehst du, du versuchst es so künstlich zu unterscheiden, du sagst ja, das macht er jetzt. Er macht das als Mensch, aber nicht dafür. Kann ich dir ein... Stefan, du bist ein Eiri. Was kann Islam dafür, dass ich dich Eiri nenne? Was kann Islam auch dafür? Du bist ein Eiri? Was? Bro, was du an?